Was brauchen wir denn zum Kaffee zählen? Wenn wir schon bei Klassen sind, dann sollten wir doch zuallererst eine Kaffeeklasse erschaffen und festlegen, wo der Kaffee herkommt, ob er schon gemahlen war oder erst noch gemahlen wurde, ob es überhaupt Filterkaffee ist oder, 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 das brauchen wir gar nicht. Unsere App soll nur zählen, wie viel Kaffee wir getrunken haben. Und solange das so bleibt, reicht uns die reine Anzahl. Und das kann eine Eigenschaft unserer MainActivity sein. Ich erzeuge also die neue private int coffeeCount. Und ich initialisiere sie mit 0. Die Felder unserer Klasse definiere ich über den Methoden. private, weil wir nicht von außen darauf zugreifen werden, int, weil wir nur ganze Kaffee zählen und mCoffeeCount als Namenskonvention für Member-Variablen, also Variablen, die von außerhalb der Klasse nicht sichtbar sind. Wir bekommen ein Tooltip angezeigt, dass das PrivateField mCoffeeCount nicht benutzt wird. Wenn wir also noch irgendwelche Variablen-Leichen aus alten Versuchen in unserer App mit uns herumschleifen, dann weist uns Android Studio darauf hin. Wir haben aber durchaus vor, den KoffeeCount zu nutzen. Und dafür erschaffen wir zwei neue Methoden. Erst einmal eine, um den KoffeeCount in die Höhe zu treiben, wenn wir wieder zugegriffen haben. Dafür definiere ich die private-void-Methode, denn wir geben nichts zurück. addCoffee in CamelCase mit kleinem a und großem c. Wir müssen keine Parameter an diese Funktion übergeben, deswegen kann ich runde Klammern auf- und zumachen. Was darin passiert, definiere ich mit geschweifter Klammer auf. Die geschweifte Klammer zu erzeugt mir Android Studio von selbst. Und mit Enter gehe ich in die nächste Zeile und bekomme das auch gleich eingerückt, damit unser Code schön strukturiert und übersichtlich bleibt. Im ersten Schritt macht diese Methode nichts als unseren mCoffeeCount, und den bekomme ich dankbarerweise schon vorgeschlagen. Ich kann mit Enter bestätigen und bekomme ihn ausgeschrieben. Als diesen KoffeeCount zu erhöhen. Das bedeutet mCoffeeCount ist gleich mCoffeeCount plus 1. Ich schließe ab mit Semikolon und stelle fest, dass ich mich ein bisschen übernommen habe. Diese Formulierung, einen Wert um 1 zu erhöhen, nennt man inkrementieren, und das geht viel kürzer mit mCoffeeCount plus plus. Das heißt, wenn ich die Methode addCoffee aufrufe, wird mein PrivateInt im CoffeeCount um 1 erhöht. Analog dazu erzeuge ich noch die Methode private void remove coffee mit runden Klammern und geschweiften Klammern für die Logik. Ebenso wie inkrementieren kann ich mit mCoffeeCount minus minus den Wert dekrementieren. Jetzt sind wir an einer Stelle, wo Sie vielleicht sagen, tut das denn wirklich Not, dass man für einen Einzeiler eine Funktion aufmacht? Nun zum einen bleiben es selten Einzeiler und zum anderen, ja, kapseln Sie so viel Sie können. Und an dieser Stelle, remove coffee, werden wir nach kurzem Nachdenken merken, dass es mit einem Einzeiler eben nicht getan ist. Wir können schlecht negativ Kaffee getrunken haben. Mathematisch ist das möglich, aber in der Realität, stellen Sie sich's mal vor, geht nicht. Also werden wir unseren mCoffeeCount begrenzen. Nachdem wir ihn dekrementiert haben, mit if runde Klammern, mCoffeeCount kleiner 0, geschweifte Klammern, setzen wir mCoffeeCount wieder auf 0. So stellen wir sicher, dass unser CoffeeCount niemals in den negativen Bereich rutschen kann. Unsere Glühbirne, ein kleiner Tipp an dieser Stelle, schlägt vor, dass wir bei einem Einzeiler innerhalb des if-Statements die geschweiften Klammern entfernen können. Ich wähle das an und bekomme den schön lesbaren if mCoffeeCount kleiner 0, setze ihn auf 0 in einer Zeile, angezeigt. Solche kleinen Refactoring-Aufgaben übernimmt Android Studio halbautomatisch. Jetzt sind wir ausgestattet mit einer Logik, die es uns ermöglicht, Kaffee hoch in die Unendlichkeit und runter bis zumindest 0 zu zählen. Nur haben wir noch keine Möglichkeit im User-Interface diese Aktionen auszulösen. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, wenn die Meldung kommt, dass Android Studio ready ist für ein Update, bitte beherrschen Sie sich, bis dieses Training vorbei ist, schließen Sie das Fenster und so können wir sicherstellen, dass wir alle mit der gleichen Version weitermachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017